Und zwar ist es eigentlich so eine Prozesskette, wo ich für mich immer überlege oder auch mit einem Klienten dann abstimme, wo steht er denn eigentlich gerade in seinem Neuorientierungsprozess oder in seiner Entwicklung. Das eine ist die Suche nach der Profession, das ist aus meiner Sicht aber immer so ein bisschen so ein Standalone-Thema, also wo man wirklich so den inneren Navigationsprozess anwirft, wofür bin ich eigentlich in dieser Welt, welcher Beruf, welche Berufung wäre denn für mich die richtige. Das ist sowohl zu Beginn eines Berufslebens der Fall, aber auch immer wieder zwischendrin, wenn man das Gefühl hat, so ein Job ist irgendwie durch und so die Kraft oder so der Push nach vorne fehlt, in den nächsten Job zu gehen. Da ist es auch immer wieder ein Punkt zu sagen, magst du nicht mal schauen, was ist es denn eigentlich? Und vielleicht so einen grundsätzlichen Sucheprozess zu starten. Das hat aber dann den Effekt, dass es andere Methoden braucht, nicht so konkret ist und seelisch tiefer geht. Gut, deshalb habe ich den jetzt mal in dieser Auflistung so ein bisschen separat gestellt. Das andere ist eigentlich eine ganz gute Prozesskette, nämlich erst mal zu entscheiden, ja, bleibe ich oder gehe ich? Das wäre immer so das Typische. Also ich stehe in einem Job, ich stehe in einer Position und dann ist der Entscheidungsprozess, ich merke, es stimmt irgendwas nicht mehr, bleibe ich in dem Job und verändere etwas oder gehe ich und suche mir was Neues. Wenn ich mich entschieden habe, mir etwas Neues zu suchen, dann ist das nächste Thema häufig das Thema ein Abschied, ein Verarbeiten des Alten, vielleicht auch ein Verarbeiten dessen, was da so alles passiert ist. Manche Leute hängen da noch sehr dran, weil es teilweise auch was mit Konflikten, Kränkungen, Abwertungen zu tun hat. Und manchmal sogar auch, es fehlt ein Dank ausgesprochen zu haben, hatte ich auch schon. Aber da geht es erst mal darum, wirklich auch diesen Abschied, dieses Loslösen wirklich auch zu gestalten. Und man merkt das immer, wenn Menschen sagen, ja, ich will aber schon ins Neue und da keine Kraft, keine Energie sich aufbaut, dann kann es sein, dass in diesem Verabschieden des Alten noch etwas nicht verarbeitet ist. Und dann wäre es sinnvoll, da nochmal hinzuschauen. Dann gibt es so diesen Prozess der Orientierungsphase und des Übergangs. Also da einfach auch zu schauen, wenn ich eben ganz konkret gucke, also nicht in diesen ganz grundsätzlichen, wofür bin ich denn hier auf der Welt, sondern ganz konkret schaue, was könnte denn der nächste gute Job für mich sein. Dann mal, das ist ganz viel mit Ressourcen zu arbeiten, ganz viel zu schauen, was gibt es denn so? Ich nutze da sehr gerne auch so Metaphern zu sagen, jetzt bist du und geh mal auf den Basar der Möglichkeiten des Arbeitsmarktes und flanier mal und schau mal, was gibt es denn da eigentlich alles? Um so einen ganz genussvollen Suchprozess zu starten. Und für manche ist es auch sehr entlastend zu wissen, ich bin gerade noch in diesem Übergang. Also je nachdem, wie so eine neue Orientierung im Beruf auch gestaltet ist, ob das jetzt selbst initiiert ist oder fremdinitiiert und wie pushy das auch ist. Also ich war auch schon in Beschäftigungsgesellschaften als Karrierecoach tätig und da ist es ganz klar, du hast drei Monate, um dich neu zu orientieren, deine Bewerbung zu schreiben und dann endet diese Phase und bestmöglich hast du einen neuen Job. Und dann hat das eben nicht dieses Genussvolle und trotzdem ist es gut zu wissen, ich bin in einer Übergangsphase. Und ich hatte demnächst gerade auch ein sehr schönes Coaching, wo wir auch so eine Dreiteilung genauso gemacht haben. Und da fand ich es ganz interessant, weil ich dachte, wenn ich das im Alten jetzt geklärt habe, in der Übergangsphase ganz viele Ressourcen, dann fluppt es doch jetzt bei der Definition des neuen Jobs. Aber es fluppte gar nicht. Und da war es tatsächlich so, dass dieser neue Job einfach sich noch entwickeln durfte, der war noch gar nicht dran. Das heißt auch wirklich zu sagen, du bist in der Übergangsphase und wann ist denn eigentlich die Neuorientierung auf den nächsten Job dran? Das war total entlastend. Und zu sagen, ja, jetzt nehme ich mir noch mal richtig Zeit. Und es war auch so eher gegen Ende des Berufslebens zu sagen, das ist jetzt vielleicht der letzte Jobwechsel, den ich gestalte. Jetzt soll es aber doch auch noch mal schön sein. Warum soll ich mich denn jetzt noch mal stressen? Also das wirklich auch als Übergangsphase zu nutzen und es vielleicht einfach auch an der Stelle so zu gestalten, dass es lustvoll ist. Und dann eben, da macht man dann meistens wieder den Sack zu, Definition des neuen Jobs, der neuen Berufung, vielleicht auch der Selbstständigkeit. Also da sehr konkret auch zu schauen. Ich mache das häufig mit bestimmten Methoden, die auch relativ hensärmlich sind, zu sagen, was sind denn eigentlich so die Leitplanken, die Rahmenbedingungen, die es dringend braucht, die dir wichtig sind und was sind so die Themen, wenn du dir es aussuchen könntest, wenn du dir den Traumjob backen könntest. Was würdest du denn am liebsten den lieben langen Tag machen und wie würde das denn heißen? Das ist zum Beispiel eine Vorgehensweise, die ich gerne nutze. Aber dann ist es halt schon auch sehr konkret mit auch eigentlich einer Suchdefinition, diesen großen Arbeitsmarkt, sich da ein Fenster rauszuschneiden, zu schauen. Und genau nach diesem Fokus suche ich jetzt auf den großen Arbeitsmarkt. Also das habe ich sozusagen so in meiner Vorgehensweise immer im Kopf und schaue dann mit einem Klienten, wo steht er denn eigentlich? Untertitelung des ZDF für funk, 2017